Laura Georges ist eine französische Fußballspielerin. Vereinskarriere. Die Abwehrspielerin spielte als Jugendliche bei Paris Saint-Germain und wurde bereits mit 17 zur RAR Nationalspielerin. In der Saison 2002-03 wurde sie in das Centre Technique National Fernand Sastre aufgenommen. Spielte auch für dessen Ligateam und kehrte dann zu PSG zurück. Parallel dazu nahm sie ein Studium an der Universität Paris 13 auf, das sie von 2004 bis 2007 an einer Hochschule in Boston fortsetzte, für dessen College-Team sie sportlich weiterhin aktiv war. Seit der Saison 2007-08 wieder in Frankreich trägt sie den Dress von Olympique Lyon und war in führender Rolle an dessen Erfolgen beteiligt. Dazu kam das viermalige Erreichen des Europapokalenspiels, das sie 2011 und 2012 mit OL gewann. Ihr Studium hat Laura Georges mit der Erlangung eines Masters für Marketing, Kommunikation und kommerzielle Strategien am Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales in Lyon abgeschlossen. Im Sommer 2013 kehrte Georges zu ihrem ersten Verein Paris Saint-Germain FC zurück, an den sie derzeit vertraglich noch bis 2016 gebunden ist. Mit diesem erreichte sie in der Champions League 2014 Fünfzehntel einer DK-Sekunde-Finale, unterlad darin aber gegen den 1. FFC Frankfurt mit 1 zu 2. Anfang 2015 hat die UEFA Laura Georges zu einer von fünf BotschafterInnen des Frauenfußballs ernannt, die ihre Erfahrungen insbesondere an jugendliche Spielerinnen weitergeben sollen. In der Nationalelf 2002 stand Laura Georges mit der französischen A-Jugendauswahl im Endspiel der U19-Europameisterschaft. Zu diesem Zeitpunkt war sie auch bereits zur A-Nationalspielerin geworden. Bei den Bleuys gehört sie seither zum Stamm der Mannschaft und hat bisher 169 A-Länderspiele für Frankreich bestritten, in denen ihr auch sechs Tore gelangen. Sie nahm bisher an drei Europa- und drei Weltmeisterschafts-Endrunden teil. Nationaltrainer Bruno Bini hatte sie nach 2003 auch 2011 auch in den Kader für die WM in Deutschland berufen. Dort gelang Laura Georges beim Vorrundenspiel gegen Kanada die Aufnahme in den internationalen 100er-Klub. Und sie bestritt sämtliche sechs Begegnungen der Bleuys, die das Turnier auf dem vierten Rang abschlossen. Zudem hatte die FIFA sie in die 21er-Liste des All-Star-Teams aufgenommen. 2012 musste sie allerdings wiederholt auf einen Platz in der französischen Startformation verzichten. Sie gehörte zum französischen Olympia-Aufgebot 2012 und bestritt bei diesem Turnier alle sechs Begegnungen der Bleuys. Ebenso berief Trainer Bini sie in das EM-Aufgebot 2013 und setzte sie in drei der vier Begegnungen ein. Auch unter Bines Nachfolger Philippe Bergero ist Georges erste Wahl in der Innenverteidigung. Von daher gehörte sie auch zum Kader für die Weltmeisterschaft 2015, wo sie sämtliche fünf Spiele über die volle Zeit absolvierte. Sie ist damit die einzige Spielerin, die in allen 14 WM-Spielen der Französinnen zum Einsatz kam und dabei zudem keine Minute verpasste. Palmares Französische Meisterschaft 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Französischer Pokalsieg 2008, 2012, 2013 Champions League Gewinnerin 2011, 2012 WM-Teilnahme 2003, 2011, 2015 EM-Teilnahme 2005, 2009, 2013 Olympia-Teilnahme 2012, 2012 Auszeichnungen Im April 2007 wurde sie für das Spiel der FIFA Women's World Stars gegen die chinesische Fußballnationalmannschaft der Frauen aus Anlass der Gruppenauslosung für die WM 2007 nominiert und zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Berufung in die Mannschaft des Turniers bei der Weltmeisterschaft 2011